Listen, baby, bring it down to prison, girl Los mit der ewigen Tipperei! Raus aus dieser Tretmühle! Und endlich weg von dem widerlichen Papierkram! Into the flow and forever to be free I feel my world go round and round Wer ist Samantha? Ich, warum? Ich habe ein Gorillagramm für Sie. Sam, kann ich Sie ein Stück mitnehmen? Nein, danke. Geben Sie sich die Chance, mich eben etwas besser kennenzulernen, dann fahr Sie voll auf mich ab! Zur Hölle! Warum zum Teufel sind Sie in die Klötze gestiegen? Mom, was ist eine Orgie? Ich habe dir doch erzählt, was ein Mann und eine Frau machen, wenn sie sich lieb haben und ein Baby haben wollen. Baby, ja? Bei einer Orgie tun sie genau dasselbe, nur ohne die Liebe, die dabei das Schönste ist. Mhm, hattest du schon eine Orgie, Mom? Sechsenfünfzig? Oh! Hey, du alter Schlappschwanz! Ich habe gehört, du prügelst Frauen. Das ist nun deine einzige Art von Erfolgserlebnis. Bitte, Jack! Ist schon ein trauriger Fall, wenn man immer den Kürzeren zieht. Jack! Die Halle ist an einen Fitnessclub verkauft worden. An welchen Club? An Jack Pearsons Sporting Life. Sie haben 30 Tage Frist bis zur Räumung. Jack Pearsons Sporting Life will Heavenly Bodies kaputt machen! Es war eine rein geschäftliche Entscheidung. Wir machen ein hübsches Parkhaus daraus. Hiermit fordern wir euch zu einem Wettkampf heraus. Unsere Besten gegen eure Besten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017